Hallo, ja wer kennt es nicht, der Glasreiniger geht leer, man hat einen dreckigen Wohnzimmerglastisch und den möchte man reinigen. Jeder der aber eine Spülmaschine im Haushalt besitzt, hat im Normalfall auch Glasspüler. Und mit diesem Glasspüler möchte ich nun einen Glasreiniger zusammen mixen. Als erstes habe ich mir hier zu dem Glasspüler noch 200ml Wasser aus dem Wasserkragen abgemessen und ich habe eine leere Sprühflasche. Demnach gebe ich nun die 200ml Wasser erst einmal in die Sprühflasche hinein. So, wenn wir das gemacht haben, messen wir Glasspüler ab. Auf 200ml nehmen wir 50ml Glasspüler. Ich würde nicht mehr nehmen, da Glasspüler dann die Glasplatte, die wir reinigen wollen, wenn es zu viel ist, verschmiert. Das Ganze geben wir dann zu dem Wasser in die Flasche hinein. Wir schließen den Deckel, schwenken es einmal hin und her. Schütteln würde ich hier ebenso nicht, sonst kommt nur Schaum heraus. Und anschließend können wir die Glasplatte, die wir damit reinigen wollen, super reinigen. Ich mache es hier einmal an einem Ceranfeld vor, damit ihr seht, wie glänzend es wird. Und das ein guter Ersatz für den normalen Glasreiniger ist, den wir im Normalfall in jedem x-belebigen Supermarkt kaufen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis demnächst! minimo be with lớnend es muss. kindern Atlantisch